Das ist ein Goodyear Powerload in der Dimension 475R20. Der Reifen ist auf einem Volvo Radlader montiert, dem Modell L35G. Gerade kompakte Radlader sind universelle Arbeitsgeräte, die eine Vielzahl verschiedener Anwendungen beherrschen müssen. Das sind zum einen die spezifischen Anforderungen unserer Erstausrüsterkunden, wie zum Beispiel Volvo. Vor allem aber muss der neue Reifen die vielfältigen Aufgaben von Baumaschinenanwendern in der Praxis erfüllen. Typische Anwendungen sind der klassische Baustelleneinsatz, der Garten- und Landschaftsbau, aber auch Einsätze in der Landwirtschaft oder im Kommunalbereich. Bevor ein neuer Goodyear OTA Reifen wie der Powerload auf einer Maschine landet, liegt bereits eine mehrjährige Entwicklungs- und Testphase hinter ihm. Wir testen die Selbstreinigungs- und Traktionseigenschaften des Reifens, die Stabilität des Reifens beim Händeln schwerer Lasten, unter anderem von Paletten mit der Ladegabel, sowie den Fahrkomfort für den Fahrer bei Streckenfahrt auf befestigter Straße. Der Powerload wurde als erster Reifen mit der von Goodyear entwickelten Smooth Guard-Technologie ausgerüstet. Das ist eine besonders verstärkte Reifenflanke, die den Reifenunterbau vor mechanischen Beschädigungen schützt. Entscheidend ist immer, dass der fertige Reifen den Anforderungen unserer Kunden gerecht wird. Die neue Bekämpke sind mit der Leitungen der Leitungen, den Urheiten der Bekämpfung anbieten. Das ist eine besonders wichtigste Reifen. Und das ist eine weitere Bekämpfung. Das ist eine besondere Bekämpfung. Vielen Dank.